Herzlich willkommen zum zweiten Schritt des ersten Tages unseres fünftägigen Beispielvorgehens hier im Rahmen des Praxis-Workshops zur Veranstaltung Mensch-Maschine-Kommunikation an der Hochschule für Technik. Ich stelle Ihnen jetzt als Basis dafür im vierten Teil unserer fünften Vorlesung die Personas als Konzept vor. Dazu steigen wir ein mit dem Begriff Persona. Dieser Begriff Persona soll hier in unserem Kontext letztlich auf einen prototypischen Benutzer mit Zielen und Verhaltensweisen verweisen. Ursprünglich kommt Persona aus dem Griechischen, wie so viele der Wörter, die sich bei uns erhalten haben und bezeichnet die Maske und den Schallverschärker, die man im alten griechischen Theater hatte. Sie wissen, dass es dort über entsprechende bauliche Eigenschaften eine gute Akustik bereits gab. Dennoch gab es ja nachher auch einige sehr, sehr große Theater, um dort die Darsteller zu unterstützen, gab es dann eben diese Masken- und Schallverstärker, die sozusagen auch zur Vergrößerung so scherenschnittartig vor dem Gesicht waren und damit den Menschen ermöglichten, einfach die Charaktere auch auf große Entfernung wiederzuerkennen. Und auch bei uns soll eine Persona dann eben sozusagen scherenschnittartig und klischeehaft wesentliche Eigenschaften projektrelevanter Nutzender verkörpern. Und die Voraussetzung, dass Sie solche sinnvoll erstellen können, ist natürlich wie immer die Information über die tatsächlich Nutzenden. Personas klassifiziert man jetzt nochmal in unterschiedliche Arten von Personas. Und zwar gibt es dort zwei Blöcke. Das eine sind die Personas oder die Arten von Personas, die man im Folgenden des User Interface Entwurfs weiterhin betrachtet. Und das andere, die man in den Folgeschritten eher nicht mehr betrachten muss. Das, was man als wichtigstes betrachtet, ist die sogenannte primäre Persona. Aber wenn man die identifiziert hat, wird man den eigenen User Interface Entwurf genau auf sie abstimmen. Notfalls muss man dafür eigene Dialoge jeweils bauen, um diese primäre Persona auf jeden Fall komplett zu unterstützen. Dann gibt es sekundäre Personas. Deren Bedürfnisse sind überwiegend durch primäre Personas bereits abgedeckt. Es kann aber sein, dass man hier oder da eine kleine Ergänzung benötigt, um diese sekundäre Persona zu unterstützen. In den Folgeschritten eher nicht betrachten muss man ergänzende Personas, weil man hier nach der Analyse und Modellierung der Personas feststellt, dass deren Bedürfnisse vollständig abgedeckt sind durch das, was man für primäre und sekundäre Personas erstellt hat. Und schließlich gibt es noch die Non-Persona, die explizit dazu dient, dass man hier Systemunterstützung rausscoped, neudeutsch. Also dass man sagt, diese Art Person, die wollen wir explizit nicht unterstützen. Welche Eigenschaften sollte man in Personas jetzt darstellen? Typisch sind hier Beruf, Funktion oder Aufgabe, weil sie eben helfen, oft klischee-mäßig etwas zu greifen. Ziele und Sehnsüchte, damit man eben Antriebe dieser Person versteht, die dann zu bestimmten Verhaltensmustern und Vorgehensweisen führen. Und als Hintergrundinformation ist es sehr hilfreich, wenn man auch Werte, Ängste, Vorlieben aufschreibt, wie aber auch Ausbildung und Wissen und Fähigkeiten. Natürlich, da wir uns hier im Bereich IT bewegen und wollen typischerweise User Interfaces für IT-Systeme modellieren. Also werden wir uns da inzwischen anschauen, welche allgemeinen IT-Kenntnisse sind da und auch welche Altsysteme, welche Wandenprodukte kennt die Person oder die Persona, die wir hier schematisch modellieren. Weil das ja, wie gesagt, die Erwartung und die Erfahrung auch prägt. Erwartungen wird es auch geben, gerade auch an Verbesserungspotenzial. Wenn Sie neue Systeme, neue Lösungen bauen, wird sich eine Persona davon bessere Unterstützung erhoffen. Wo steht diese Persona, wenn das neue Werkzeug eingeschaltet ist versus wo stand sie vorher, wie hat das Ganze sie weitergebracht. Ein Beispiel habe ich Ihnen hier aufgezeigt, so eine ganz simple Personamodellierung. Sähe eben vier Quadranten vor, wie gesagt, diese Skizzenartige. Dann daneben gewisse demografische Informationen. Zum Beispiel, dass es sich hier um eine Mutter handelt, die gleichzeitig arbeitet, ein gewisses Alter, Wohnort, Familienstadt usw. unterstellt. Auch finanzielle Verhältnisse. Und dann der eigentliche Bereich sozusagen Verhaltensmuster, Vorgehensweisen. Das finden Sie in diesem Behaviors-Blog. Und dann diese Themen Ziele, Sehnsüchte, also welche Bedarf, welche Ziele sind hier verfolgt in dem vierten Quadranten. Typisch bekommen Sie als Ergebnis dann einen einprägsamen Charakter mit Name, Alter, Geschlecht. Und Sie sollten wirklich ein Bild, das kann wie gesagt scherenschnittartig, eine Skizze, ein Porträt sein, dort einschließen. Und Sie wollen diese Charakterzüge klar herausarbeiten. Das soll also eher fast etwas übertrieben, notfalls auch etwas klischeehaft sein, damit Menschen das eben sofort anhand ihrer Erfahrungen meinen, in eine Schublade einsortieren zu können. Auch wenn das in der Praxis bei den meisten Menschen, die einem bestimmten Klischee genügen, wahrscheinlich gar nicht der Fall ist. Handlungskriterien, die diese Persona heranzieht, um die eigenen Handlungen zu bewerten, zu motivieren und gegebenenfalls zu verändern. Aber Sie können auch wirklich aus den Interviews direkt Zitate nehmen. Das lässt das Ganze immer etwas lebendiger erscheinen. Optional könnten Sie auch noch über einen Tag im Leben von XY, also Ihrer Person, schreiben. Wenn Sie damit fertig sind, haben Sie im Grunde etwa die Design-Thinking-Schritte 1 und 2, Empathize und Observe abgearbeitet. Also Sie haben sich in eine bestimmte Person hineinversetzt oder in eine bestimmte Rolle hineinversetzt und die beobachtet, was treibt sie an, wie handelt sie und so weiter. Zum Bereich Personas habe ich Ihnen zum Schluss noch einige Beispiele mitgebracht. Ganz einfach gestaltet, wie Sie hier sehen, das genügt oft schon, um einen Eindruck zu bekommen, die Linke. Sie wollen ein Versicherungssystem bauen und haben dazu eben diesen Jakob identifiziert. Wie gesagt, Beruf, Rolle, Funktion hier skizziert, Sachbearbeiter-Schadensabteilung, gewisse demografische Daten, 42 Jahre alt. Und dann Hintergrund, Kenntnisse, Wissen, Fähigkeiten, die kaufmännische Ausbildung, 24 Jahre Versicherungsgeschäft, 7 Jahre Schadensabteilung. Und dann wirklich der Bedarf, täglich arbeitet man mit dem heutigen System und es scheint die Anforderungen eben nicht zu erfüllen. Und dann angereichert hier um zwei Zitate. Ich will ein System, wo ich alles auf einem Blick sehe und ich brauche kein intelligentes Programm. Ich weiß genau, was wohin gehört. Also ein erfahrener Nutzer, der bereits über viel Vorkenntnisse und über gutes Training verfügt und kognitiv entsprechend leistungsfähig ist offenbar. Man kann das Ganze auch ausführlicher, auch grafisch wesentlich stärker aufbereitet darstellen, wie Sie hier in dem zweiten Beispiel sehen. Da geht man dann neben den Kenntnissen auch noch mehr auf Hobbys oder Aktivitäten ein. Dieser Hintergrund, der findet sich eben hier in dieser Situation und obendrein haben die Macher hier sogar noch einen Fließtext erstellt, der die Person näher beschreibt, den eigentlichen Ausbildungshintergrund. Und die Situation sehen Sie dann gleich oben im Kästchen. Auch hier ist ein Bild dabei, was die Person darstellt. Achtung, immer mit echten Bildern von echten Personen. Da müssen Sie sehr vorsichtig sein. Von daher bietet sich das Schere-Schnittartige noch mehr an, um ja auch diesen Schere-Schnitt-Charakter herauszuarbeiten. Und Sie laufen da auch weniger in Probleme. Beim Charakter können Sie auch neben diesen Aufteilungen hier, wo man versucht, das schematisch einzusortieren, wenn Sie sowas denn machen, können Sie auch auf die fünf Dimensionen zurückgehen, entlang derer man heute in der Psychologie oft das versucht zu verorten. Auch hier sehen Sie, dass Sie ein Zitat finden. Diese Charakterdimensionen brauchen Sie für eine einfache Person, aber nicht. Also im Rahmen unseres Praxis-Workshops würde durchaus ein Ergebnis genügen, was hier eher näher an dem linken als an dem rechten Beispiel ist. Aber so sehen Sie zumindest mal, welche Spannungen es bei der Ausarbeitung von Personas wirklich gibt im User Experience Design.